ja das spitzspiel der zweiten fußball bundesliga startet übermorgen samstag 13 uhr im erzgebirg stadion zu haue januva 96 spielt in haue das spitzspiel achter gegen neunter anhova 96 eben niemals land der zweiten liga angekommen das wollen wir 96 ich habe mich ehrlich gesagt diese woche überhaupt nicht mit 96 beschäftigt mich katze das einfach im moment nur noch an dass wir niemals land sind aber um 96 soll es heute auch gehen natürlich wir schon die gesehen aber wir schauen uns noch ein bisschen den gegner an ja ja anhofer 96 wie gesagt ach habe ich falsch herum gemacht ist auch egal anhofer 96 gegen aua spielen in aua habe ich falsch herum aufgeschrieben das ist aber völlig egal anhofer 96 hat große verletzungsprobleme timo hübers fett aus dem von meiner fett aus so wie ich gehört habe mike franz ist anscheinend noch nicht richtig fit frank in wiener ist immer noch oder wieder verletzt ja das gibt große sorgen verhalten von für kenan kochak aber kenan kochak muss das irgendwie lösen weil der kater ist nicht nur mit dem maß der zweiten ligamann der ist schon ein bisschen mehr ja heute morgen die pressekonferenz auf euro 96 habe ich mir nicht angehört ich habe mir nur ein paar zitate rausgeschrieben die ich so auf im internet bzw auf twitter gesehen habe da waren ein paar interessante kommentare wie ja aua hat eine super mannschaft und super super team und super eingespielt mit sehr viel erfahrung ob das nun wirklich so ist man nach das werden wir sehen ja jetzt klicken wir mal einmal weiter jetzt sehen wir schon die gegner analyse tabellenplatz 9 das wie gesagt da schon das spitzenspiel in anführungszeichen der zweiten liga achter gegen neunter trainer dirk schuster ist ein alter das stelle ist wirklich erfahren das kann man nicht anders sagen erfahren der zweitliga trainer bei darmstadt wo auch erstliga trainer und für darmstadt und bei augsburg in der ersten liga bei darmstadt eine erfolgsgeschichte aufgestiegen und dann sofort mit klassenerhalt und im zweiten jahr dann zu augsburg gegangen da war es nicht so erfolgreich und ja dann ging er dann irgendwann mal wieder nach darmstadt wieder zurück und da habe ich zumindest dann jetzt vor zwei jahren vor anderthalb jahren soweit ich weiß nach aua ins erzgebirge nach sachsen ja besser torschütze florian krüger ein sehr namhaftes talent mit zehn toren wo auch keiner kotze sagte den müssen wir ausschalten für das nächste spiel dass der ist ein brandgefährlicher stürmer beziehungsweise glaube ich auch flüge spieler weiß man meine ich weiß ich meine ich ganz genau wie er aufgestellt wird ich glaube flügel und stürmer kann bald es werden kapitän auch ein alt gesessener ein erfahrener den man kennt aus der zweiten liga martin menne der laut statistik der 2 der beste spieler ist im tor in der zweiten fußballbundesliga laut kicker eine statistik michael esser ist auf platz 2 da sieht man mal was ich von esser halte das ist auch richtig ist dass er gut ist war auf jeden fall mit auf platz 2 martin menne auf platz 1 ja jetzt kommen wir zu den letzten drei spielen zu vorm kurve wir sehen wir sehr durchwachsen woran erinnert uns das ach man auch bei 96 achte sie spielen sie auch im spitzenspiel auf dem platz 8 und tabellenplatz 9 deswegen nenne ich das spitzenspiel also nicht wundern ist kein clickbait steht auch in anführungszeichen ist das spitzenspiel der mitte im mittelmaß also 0 1 verloren in kiel kann man verlieren haben wir 30 gegen falls und 1 zu sieg in bochum müssen achtungserfolg und 0 2 in heidelheim verloren okay das ist nicht gut drei starke mannschaften sehen war da drei punkte rausgeholt 96 die letzten spiele schwach unterwegs relativ schwach und ergebnisse führt unentschieden düsseldorf verloren palerborn und entschieden davor bs gewonnen und osnabrück auch knapp gewonnen das ist die form koffer und 96 die nächsten drei spiele nur zwei punkte gehört soweit ich jetzt sehe ich hoffe ich habe nichts weiter gesagt habe ich meine zwei punkte ja jetzt kommen wir auch schon weiter zu meiner ausstellung ich habe mal ein bisschen rotiert weil mir das nicht so ganz passt außer die abwehrkette und das tor michael es hat schon gesagt warum man nicht über diskutieren die klausel probleme auch nicht diskutieren gibt es keine ersatz und ist auch gut bares spaß hat das hat die sache letzte woche gegen fürth erstaunlicherweise ordentlich gemacht also kann ich nicht meckern nur ein spielaufbau manchmal ein bisschen zu ungenau aber das passieren dann marcel franke wollen wir auch nicht überreden seymour ja auch nicht im mittelfeld kaiser würde ich am liebsten austauschen aber es gibt keine alternativen dann habe ich jetzt für jaka bjolp mit seiner fünften gelbe karte niklas tarnath habe nicht in der start elf warum denn nicht nicht das ton hat ein junger spieler 22 jahre alt der so dem sollte man auch mal eine chance geben rechts zu messen nach seiner verletzung hoffentlich wieder fit links florian muslim verstehe ich nicht warum er runter genommen worden ist wo er doch jetzt wieder das torschießen gelernt hat zumindest schon drei tore genauso viel weiter geschossen genki haraguchi ist klar und marvin durchschirmsturm ist auch klar weil weidand ist nicht in form muss man ganz ehrlich mal sagen ja weidand wird wahrscheinlich dann noch zur zweiten halbzeit kommen das kann er auch gerne kann hoffentlich auch ein tor schießen ich sehe gerade weil mir so dem money ist auch für der fünften karte ausgefallen niklas tarnath steht zwar nicht berücksichtigt auf kick aber ich würde ihn spielen lassen wird so nicht passieren egal hinter meiner aufbautraining jaka bjolp die gelbe karte frank gewinnern erneuter außenbank gerissen team und typas muskelversetzung und ja jetzt kommen wir zu meinem tipp ja ein 32 96 im spitzenspiel und damit war es das auch schon wieder ich denke davon aus dass wir ich weiß ein mein wunsch tipp also nicht falsch verstehen ich glaube dass es eng zugeht ist mein wunsch tipp segen mein tipp 3 1 ja das war's mit dem video habt noch einen schönen donnerstag abend habt ein schön schönes wochenende schon mal und haut rein und bis demnächst und tschüssi tschau